hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge vorne zusammen mit shadowknight und alias der ultimate failure und könnten dass die zwei hohen sonne sein von grad eben also ja das kann sogar sein dass das gleiche team das komplett das gleiche kommt irgendwie er sie mir kommen irgendwie die wahlkirche bekannt vor von hässlich vorher der ritter aber auch die kurzen den ritter habe ich nie gesehen doch noch der ritter aber auch mit dabei hat den ritter zu rutsch und der teammate ist jetzt noch dreimal so gut wie der ritter hat obwohl der ritter schon bombe war ich habe mich geschlagen nicht traurig sind es schafft ihn nicht mal geschlagen und mein gefeuert allemal noch mehr die schräge auf jeden fall fällt ihm schreien wird der dankstelle warte 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 ich schräge ich kann sie nicht sagen ja er gibt mir halt wieder zwei damage zwei diese kleinen fucking fäder also die kleinen minions fadmessor hat mann ja ross ich suche mich einfach mal von den schlagen ins zu wenns nicht vibrieren wird dann war ja alles in ordnung ne du verlierst du deine deckung wenn die dich schlagen ja das ist auch nervig felix warte mal warte mal bis candy da ist jedes mal geschlagen wurde jetzt die deckung noch eine sekunde ich gehe ich so jedes mal du müsstest du den block neu aufrichten das ist sinnlos weil du das nicht schaffst wenn jemand zu schlagen ich hab so gut wie du schlägst so schnell zu den scheiß schau das ist falsch so geht es das kannst du holland schlafen ich habe es in leule jahren im kampf durch rundum schlafen oder ich bin nur einem Rundumschlag einfach nie weil ich einfach nicht als move ansehe ich auch nicht es ist halt ein hohen so ein move macht's fliegt der wichser fliegt fliegt warte ich will nicht ganz nett wieso er schlägt halt schneller zu ich bin gleich ich bin geil wie schräg aktiviert und die mich trotzdem fix ich finde es geil wie schräg zurück aber er hat mich trotzdem tötet ich mag den Schuh halt nicht und Orochi genauso nicht ihr seid jetzt vielleicht keiner mehr irgendjemand also Orochi schlägt für mich zu schnell zu und vor allem auch viel zu weit wow ich hatte den gegner verkommt dann ganz leicht leicht tot ich will dann noch normal kämpfen und überhaupt mal kann in dieser auf der Klamide schlafen du du Schatz halt wer hat ja ich find's geil wie ich dorthin block und er trotzdem nicht blocken kann nur machst du Sasari fliegt nicht mehr da alter du scheiß Noob wow für ein Umschlag egal was passiert oh verdammt mann ich mein dir hab ich schon wieder gewonnen ne nur machst du zur Info ja bist du tschüss Felix genau so bin schon gestorben wegen so nem lächerlichem Rundumschlag ja ich auch wir sind einfach total witzlos jungs der hat auch ne viel zu hohe Reiche heute also rundherum generell ach ich hab's nur von Rundum ja du kannst nur die ganze Zeit angreifen ja ist so tschüss danke bitch ich mach jetzt B sauber hier so B ist mehr oder weniger sauber ich mach'n Punkt der schneller geht haltet die mal irgendwie auf dass egal ob ich stirb oder nicht weil ich mach'n Punkt auf jeden Fall was war da auf jeden Fall was war da so wir haben OP hier was ist bei uns denn da los hier der Typ fickt uns beide fast bist du hässlich ich hab zweimal pariert und den zweimal gebeten ich heil der Typ kippt mich jedes Mal ist einfach noch sinnlos dass nicht mal angezeigt wird wer dich heilt wer dich wieder überlebt wer dich wieder überlebt ja ist dasselbe bei dir ist wohl nicht geil scheiß ist verzögerlich wow 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 ich hab'n wieder raus irgendeinen Schlag Mann ist es einfach nur unerträglich ey ja sie stehen einfach da und tun in die Horde und Umschlag What ja genauso wie der Typ wisse ich steh drei Kilometer vom Abgrund und fährt er machte den Umschlag ja das warst du gar nicht ich sterbe ich hundertprozentig immer weißt du war so weißt du war so ich steh'n vielleicht vier Meter von diesem kleinen Abgrund entfernt er macht einen Rundumschlag und sterb also fall doch drunter ach danke tun wir mal um vier ich over C halt ihn auf Alter und jo die Pussy hat nicht mehr die Eier dazu wow Rundumschlag wow er kann nicht töten und mich runterschmeißen schlieg unten ey das ist so ein Kampf gerade schon wieder das sind solche Mist geworden leider ey wir sind gespawnt ja einfach diesen scheiß verkackten Levelvorteil hat alle von ihnen merkst du einfach jede Sekunde weißt du ich bin der einzige der die ganze Zeit auch versucht zu halten wann es da dann wenn ich sterbe nehm die ein und ich bin selber zurück wow sehr geil tut mir leid Brian achso ich muss irgendwas Lass mich doch durch ja ich kenne nicht ich bin doppelt zu groß ihr scheißer wow 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 f이� if na pén hihihi wie denkst du es jetzt auch Dennis97 its de was gibt die maximal her hats sei immer nur noch traurig aj so you Ich will direkt meine Rollstuhl wieder auswählen und nochmal gegen die Spielen. Hey, das bringt nicht. Doch, das wird das definitiv schonmal springen. So, das war's mit der Folge. Lass gleich da die Slops uns freuen. Tschüss. Bis die Tage. Für dich vergreif die Macht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.